Aktuelle Ausstellungstipps aus dem Otto-Lilienthal-Museum in Anklamm Das Otto-Lilienthal-Museum ist ein wahrer Hingucker der Hansestadt Anklamm. Otto Lilienthal war der erste Mensch, überhaupt dem wiederholbare und sichere Gleitflüge gelangen. Das mehrfach ausgezeichnete Museum in Lilienthals Geburtsstadt zeigt in seiner Dauerausstellung zahlreiche alte Flugapparate. Ebenso wird deutlich, wie aus dem alten Menschheitstraum vom Fliegen die Geschichte des Flugzeuges wurde. Nicht weit vom heutigen Museumsstandort entfernt, in der Anklammer Nikolai-Kirche, entsteht seit Ende 2022 ein neues Museum, das Ikareum Lilienthal Flight Museum. Das Otto-Lilienthal-Museum soll dort in Zukunft seinen neuen Standort finden. Jetzt schon kann vor Ort eine erste Pilotausstellung, das Lilienthal-Lab, besucht werden. Auf multimediale Weise können sich Interessierte durch die Geschichte der Lilienthal-Brüder und der Stadt Anklamm führen lassen. Außerdem zeigt die Pilotausstellung zwei hyperrealistische Büsten der Lilienthal-Brüder. Auch in einem virtuellen Rundgang können sich Besucher ganz bequem von zu Hause aus durch das Kirchenschiff und die Ausstellung klicken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.